Mein Tipp, halte immer genügend Abstand. Wenn du jetzt die ganze Zeit gerade ausfährst, auch wenn das vorausfahrende Fahrzeug, in diesem Fall ist das hier der Müllwagen, abbremst, um nach rechts abzubiegen. Denn wenn du genügend Abstand hast, dann kannst du die Autos, die aus der Querstraße kommen, sehen und logischerweise können die anderen Fahrer dich auch sehen. Und somit hast du diese gefährliche Situation schon wesentlich entschärft.